Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um den Untergang des Templerordens. Ich habe mir wieder einen lieben Gast eingeladen. Joey von Hamilcar ist bei mir. Du bist promovierter Historiker und hast auch noch über den Templerorden promoviert. Das ist total praktisch. Templer ist auch dein großes Gebiet. Du hast ja sowohl einen YouTube-Kanal als auch einen sehr emsigen und umtriebigen Twitch-Kanal. Und da machst du neben, abgesehen davon, dass du dir ganz furchtbare Dokumentationen und sowas anschaust mit deinen Gästen, machst du ganz viel über die Templer. Und ich dachte, wir machen mal einen Film über ein konkretes historisches Ereignis, nämlich über den berühmten Schwarzen Freitag, der Untergang der Templer. Genau. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. André, danke für die Einladung. Genau. Und in der Tat Historiker bin ich. Ich habe mich mit unterschiedlichen Aspekten der Ordensgeschichte befasst und freue mich, dass wir über einen vielleicht den berühmtesten Aspekt der Ordensgeschichte, nämlich die Auflösung dieses Ordens, heute sprechen können. Und ich würde mal sagen, dass ja auch vor allem dieser Auflösungsprozess massiv dafür verantwortlich ist, dass die Templer heute diese Bekanntheit haben, die sie haben, dass sie Film, Fernsehen, Spielen irgendwie auch präsent sind. Und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Und ich freue mich sehr drauf. Wir haben ja schon mal einen Film zusammen gemacht über Ritterorden, werde ich auch nochmal verlinken. Und wie du schon gesagt hast, die Templer, die Auflösung ist tatsächlich das Spannende. Und ich habe gerade schon gesagt, der Schwarze Freitag, dieser Begriff alleine ist schon hängen geblieben. Und auch über diese Auflösung gibt es ganz merkwürdige Ideen. Also als literarisches Ding in Filmen und so, der entkommende Templer, der dann im Ausland noch irgendwie weiter ist. Dann wollen wir uns eben befassen, was ist da überhaupt wirklich passiert? Wie sah das Ganze tatsächlich aus? Und auch die Auswirkungen davon in ganz viele Richtungen sind sehr, sehr wichtig für das Verständnis des Spätmittelalters. Womit fangen wir an? Mit den Protagonisten? Würde ich sagen, ich würde nochmal einen, vielleicht eine Kurve weiter vorne einsteigen mit dem, was du gerade gesagt hast. Denn als Historiker oder Historikerin fragt man sich ja immer, ist es jetzt gut, wenn aus einem historischen Event solche Dinge raus entstehen? Viele Halbwahrheiten, viel populär, kulturelles, populärwissenschaftliches, was daraus entsteht. Und ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Weil auch meine erste Berührung mit dem Templer-Orden war über ein Computerspiel zum Beispiel, das auch ganz massiv um diese Mythen... Ach, vor mir jetzt Fluch. Genau, richtig, das war vor mir jetzt Fluch. Immer noch ein tolles Spiel, aber das natürlich ganz massiv auf irgendwie auch die Geschichten um Bertho Echos und sowas eingeht. Und der ganz stark mit all diesen Mythen um die Geschichte spielt. Und ich finde es per se erstmal nichts Verwerfliches, solange man sie eben als solche erkennen kann. Und das kann eben auch Vorteile haben, aber das machst ja du mit deinem Kanal und das versuche ich ja konkret zum Templer-Orden bei mir auf YouTube auch, dass man sich diesen Geschichten eben widmet und mal versucht zu entziffern, was ist da dahinter. Und das eben genau, das wollen wir heute ja auch mit der Auflösung des Templer-Ordens machen und da würde ich dann jetzt mal den Faden aufnehmen, den du auch jetzt eingeworfen hast. Also der Prozess, mit dem wir uns da befassen, ist eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit. Und es ist wirklich entscheidend zu wissen, was sind da so ein bisschen die Vorbedingungen und was sind die Hauptprotagonisten, die dort eine Rolle spielen. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit der Situation der Templer an, die Anfang des 14. Jahrhunderts, beziehungsweise Ende des 13. Jahrhunderts eben vorherrscht und gehen dann über die Einzelprotagonisten mal sozusagen auf den Prozess selbst und dann ja auch auf das Nachleben ein. Das kann alles nur schemenhaft bleiben, das ist ganz klar, aber ich glaube, so ein paar zentrale Punkte können wir trotzdem rausarbeiten. Und ja, die Templer Ende des 13. Jahrhunderts sind in einer wahnsinnig schwierigen Situation, wie es die anderen Ritterorden auch sind, denn im Jahr 1291 fällt Akon. Also das heißt, die Templer, ursprünglich dazu gegründet, wie die anderen Ordnen auch, die heiligen Städten zu verteidigen, müssen das heilige Land, also den levantinischen Bereich verlassen, weil 1291, wie gesagt, Akon fällt. Es fließt wahnsinnig viel Blut und ja, große Teile auch der Ordenselite bei den Templern, aber auch bei den anderen Orden sterben und der Orden ist sozusagen einer großen Grundlage beraubt, denn ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Akon beispielsweise war, diese Festung, die die da gehabt haben, da ist heute nicht mehr viel übrig, aber man kann sich grob ausmalen, was dieses Ding für Ausmaße hatte. Das war alles extrem teuer, riesige Investments, die da gemacht wurden und all das geht verloren und man muss sozusagen fliehen, man flieht erst nach Sidon und dann nach Zypern später und versucht also, ja, irgendwie sich wieder zu rekompensieren, man versucht da wieder auf die Beine zu kommen. Das Problem ist natürlich, dass klar wird, dass die Templer und die anderen Ritterorden auch, überhaupt die Kreuzungsbewegung ihrer ursprünglichen Aufgabe nicht gerecht werden kann. Die heiligen Städten zu verteidigen, ja, dort eben die christlichen Besitzungen zu behalten und das ist eine Krise, die wird wahrgenommen und die Ritterorden sind in der Position zu sagen, müssen sich verteidigen und müssen rechtfertigen, warum sie noch da sind. Es gibt die Idee neuer Kreuzzüge, natürlich Jacques de Molay, also der letzte Großmeister, der ist eifrig und emsig dabei, Werbung für einen neuen Kreuzzug zu machen und stößt dabei so mittelmäßig auf Gehör. Viele in den europäischen Ländern sind sozusagen mit anderen Dingen beschäftigt und auf einige dieser Dinge gehen wir gleich noch ein, warum das so geschäftige Zeiten sind. Und auch das ist ganz spannend, es gibt die Idee, die gibt es schon länger, dass die Ritterorden zusammengelegt werden sollen. Also gerade Johanniter und Templer, da gibt es konkrete Pläne zu sagen, vielleicht solltet ihr euch zu einem Orden zusammenschließen und vereinigen. Da gibt es immer wieder Gespräche und beide Großmeister lehnen das natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen ab. Das wäre wahrscheinlich organisatorisch auch wahnsinnig kompliziert gewesen, aber was man daran sieht ist, dass sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung ja irgendeine Form von Umdenken irgendwie auch stattfindet und zu sagen, machen die nicht alle irgendwie das Gleiche und so richtig erfolgreich sind sie ja vielleicht auch nicht. Wir haben keine Belege dafür, dass der Support für die Orden schwindet. Das ist ein Phänomen des 13. Jahrhunderts, dass man sagt, es wird generell weniger Güter und Land übertragen oder Schenkungen. Aber man kann nicht sagen, dass sozusagen die Popularität der Orden vorbei wäre. Aber das sind Tendenzen, die wir da sehen, wo man sagt, okay, es findet eine Form von Umdenken statt. Und das ist die Lage, die wir bei den Templern in dieser Situation sehen. Ja, weil die Templer sind ja nochmal in einer etwas bisschen anderen Lage als andere große Tempel, denn die anderen großen Tempel schaffen es ja, sich Ausweichstätten oder Gebiete zu schaffen. Der Deutsche Orden hat die Ostkreuzzüge im Baltikum und so. Das heißt, die sind da durchaus haben ein zweites Standbein. Die Uraniter können sich auf Zypern festsetzen und machen auch ihre Aufgabe, sehen ihre Aufgabe auch darin, quasi ein Schild zu bilden. Die Templer, denen fehlt das ein bisschen. Aber weil du eben auch die Schenkung hast, ist ja was ganz Wichtiges. Die Templer waren, wie alle anderen Kreuzfahrerorden, auch schon immer zweikleisig. Sie haben die Levante, die levantinischen Besitzungen im Otremeer. Sie haben aber auch in Europa Besitzungen, eben Schenkungen, wie du schon gesagt hast. Die Templer, die Templerordnen, die anderen Ritterorden wachsen gewaltig durch Schenkungen. Und ich habe hier eine Karte, die kann man auch auf Wikipedia einsehen. Das sind die Besitzungen der Templer in Europa. Das wird nachher nochmal ganz spannend. Im deutschsprachigen Raum sind es furchtbar wenige. Ich weiß, in Marburg gibt es zum Beispiel ein Templerhaus, ganz bekannt ist in Berlin, im heutigen Berlin quasi, Tempelhof. Tempelhof war auch eine Templerbesitzung, allerdings keine Festung, sondern eher eine landwirtschaftliche Besitzung. Und von diesen landwirtschaftlichen Besitzungen haben wir auch wahnsinnig viel. Das wird ja, glaube ich, sogar unterschieden, zumindest bei den nicht adeligen, nicht kriterrlichen Templern mitgegeben, ob sie Kämpfer oder Handwerker sind. Genau, richtig. Also es greift jetzt wahnsinnig weit natürlich. Vielleicht auf die Karte gesprochen, wir sehen das ganz klare Zentrum, vor allem der Templer im französischen Bereich. Was ja gleich nochmal ganz wichtig wird. Genau, das wird für unser Hauptthema hier zentral. Und sehen dann, dass es, je weiter wir nach Osten gehen, ja immer dünner wird von den Besitzungen. Weil da eben auch der deutsche Orden ist, zum Beispiel. Es gibt eben die, in Anführungsstrichen, Konkurrenz oder Alternativen, zumindest in Templern. Wir sehen eine starke Präsenz in England. Und auf der iberischen Halbinsel gibt es vor allem, auch das wird später mit, in Anführungsstrichen, Nachfolgeorden, Monteser und dem Christusorden, Bedarf für Ritterorden. Und auch da, gerade auf der iberischen Halbinsel, sind die Templer, die die auch ganz früh nach ihrer Gründung ganz viel Zuspruch bereits bekommen, weil das natürlich konfliktreiche Gebiete sind, wo der Wert eines Ritterordens gesehen wird. Aber für die Templer muss man eben klar sagen, das Zentrum ist ganz klar Frankreich. Wir haben große Ballungen um Paris. Da hat man ihre Ordensidee von früh an zu schätzen gewusst. Und die Mehrzahl der Templer sind eben auch selbst aus Frankreich stammend. Aber die Besitzungen sind halt wirklich unfassbar gewaltig. Also wir reden da auch gar nicht nur von Burgen, sondern eben auch von landwirtschaftlichen Besitzungen, von Gütern, von Lehen, die ihnen übertragen wurden. Und das ist ein riesiger Faktor, von dem wir da sprechen. Also ein Großkonzern mitten in Frankreich. Genau. Und warum das so wichtig ist, haben wir auch gerade mit Akon schon angedeutet. Denn alles, was im levantinischen Bereich passiert ist, ist der Unterhalt von Festungen oder auch von der ganzen Infrastruktur, die dort nötig war, war immens teuer. Und man brauchte dieses wirtschaftliche Rückgrat. Viele Wirtschaftsbetriebe, Herden, Zölle, Privilegien, die dort. Also wir können uns den Templer-Orden als einen großen Wirtschaftsbetrieb im Grunde vorstellen, wo der große Unterbauer des Eisbergs ganz klare wirtschaftliche Interessen hatte, die dazu dienten, sozusagen die Konfliktregion im Osten, den eigentlichen Auftrag des Ordens zu unterfüttern, zu finanzieren, zu unterhalten. Und das war ganz wichtig. Und auch das wird für den Prozess entscheidend. Einem Philipp ist das natürlich klar. Also gerade die, und da kommen wir vielleicht auch zur nächsten Protagonisten auch gleich, die Karpetinger-Familie ist lange, früh, eng verbandelt mit den Templern. Genau, hier sind das eingeblendet. Und es gibt also eine lange Geschichte der Verbindung zwischen beiden Gruppen. Ich glaube, Ludwig VII. war es, hatten die Templer im Zweiten Kreuz ganz massiv seine Ausgaben finanziert. Die Ausgaben waren so umfassend, dass es den Orden fast in den Ruinen gebracht hätte. Oder auch die späteren Karpetinger-Nachfolger waren alle verbandelt mit den Templern. Und Philipp IV., um den es ja hier gleich gehen wird, war das auch. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Sogar so sehr, also der war ja hochverschuldet, sogar so sehr, dass zeitweise der Schatzmeister, der Templer quasi, sein Schatzmeister war und die seine Finanzen geregelt hat. Also das ist ganz, ganz heftig. Richtig. Und da kommen wir schon auch gleich in diesen Bereich, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, dieses großen Warums. Also warum passiert das alles, was wir dann gleich erzählen werden? Warum entschließt sich Philipp IV. gegen diesen Orden vorzugehen? Das greift vielleicht schon ein bisschen vorweg. Aber vielleicht kurz zur Person Philipp IV. Denn die Forschung hat immer wieder versucht, der sozusagen in der komplexen Gemengelage, oder in die Situation, in der er König wird, darauf zu projizieren, zu sagen, okay, warum hat er so gegen die Templer gehandelt? Und da gibt es so ein paar Punkte, die, glaube ich, ganz wichtig sind zu wissen. Also Philipp wird 1285 König und es gibt diese wahnsinnig lange Familientradition. Ich habe das gerade mit Ludwig VII. schon angedeutet. Aber das sind so schillernde Figuren, wie Philipp II. seine Vorfahren, oder Ludwig IX. Und Ludwig IX, der wird kanonisiert, während Philipp selber König ist. Also das heißt, es gibt diese große Tradition, also seine Vorfahren. Und der kann sich Philipp nach allem, was wir wissen, nicht so richtig entziehen. Also das lastet auf ihm. Auch Zeit seines Lebens lastet es auf ihm, dass er der einzige seiner Vorfahren irgendwie war, der nicht auf Kreuzug gegangen ist oder der die ganze Zeit versucht hat, sozusagen Kreuzugsunternehmen zu starten. Aber aufgrund dieser zahlreichen Konflikte, die in seinem Reich oder um sein Reich stattfinden, nicht so richtig dazukommt. Er ist groß verschuldet. Er ist bei den Templern verschuldet. Aber er ist auch überhaupt durch diese Kriege. Er hat einen Konflikt mit England. Er ist im Süden Aragon und Sizilien. Gibt es sozusagen Verwerfungen. Und all die, und vor allem Flandern, das ist wahrscheinlich auch noch zu nennen. Das sind alles Konfliktbereiche, in denen ist er am Kämpfen. Und das ist wahnsinnig teuer, was er da passiert. Vor allem, was wir noch nennen sollen, ist so die Valdenser im Süden. Wir haben in der Provence, in Südfrankreich, haben wir halt eine christliche Bewegung, Katara, Valdenser, gegen die die Kirche auch tatsächlich vorgeht. Das ist so die Geburtsstunde der Inquisition. Da gibt es auch tatsächlich Kampfhandlungen. Da werden Städte eingenommen. Da ist der französische König auch seine Vorgänger direkt dran beteiligt. Und das ist auch ein großer innerer Konflikt innerhalb Frankreichs. Wobei Frankreich dürfen wir uns noch nicht ganz so vorstellen, wie es heute ist, so als festen Staat. Gerade Philipps Zugriff auf sein Land ist eher beschränkt, weil er es an Vasallen abgegeben hat. Es ist zwar ein viel zentralisierterer Staat, als wir es im Heiligen Römischen Reich haben, aber er ist trotzdem im Prinzip auf seine Kronendomäne, auf seine sehr loyalen Anhänger oder Familienmitglieder vor allen Dingen, um seine Kronendomänen direkt herum beschränkt. Also wir haben, wie du schon gesagt hast, äußere Konflikte, innere Konflikte. Flandern zählt ja wahrscheinlich auch unter innere Konflikte, weil er Anspruch darauf erhebt. Es gibt einen Grund, warum der so verschuldet ist. Und das ist nicht, weil er so ein schlechter König ist, sondern er hat wirklich tatsächlich eine ganze, ganze Menge Probleme. Genau. Dazu kommt, also diese Unterscheidung zwischen Außen und Innen, finde ich ganz wichtig, weil das eben auch eine Rolle spielt für, ich glaube, das Selbstbild und das, was dann auch für die Templer eine Rolle spielt, er empfindet sich als den christlichsten aller Könige und hat dieses Bild auch von sich, dass, sagen wir, dieses gottgegebene Königtum, in dem er sich sieht, auch den politischen Alltag, die sozusagen die Verwaltung sozusagen durchdringen muss. Und in der Forschung gibt es diesen Begriff der politischen Theologie, die auf ihn immer angewendet wird. Also sozusagen ein allumfassender, allumfassende christologische Wahrnehmung sozusagen auch des Alltags. Und das durchzusetzen ist wahnsinnig teuer. Er braucht einen umfassenden Verwaltungsapparat für diese Pläne, die er hat. Er hat wahnsinnig viele Reformen, die er durchsetzt. Und auch das kostet wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Und wir haben also einen König, der in wahnsinniger Finanznot ist und der im Grunde fast ein religiöser Eiferer ist, der also Vorbilder hat, denen er versucht nachzuwirken, ihnen ähnlich zu sein. Und in diese Situation kommen wir. Und auch das muss man ja verstehen, 1291 ist im Akon gefallen. Es gibt dieses Gefühl eines Umbruchs, einer irgendwie wehrenden Form von Bedrohung. Diese Fragen der Heresie spielen da mit rein. Also wir haben das Bild einer Unruhe gezeichnet, dass das irgendwie adressiert werden muss und gegen das man irgendwie vorgehen muss. Es gibt ja diesen bekannten Fall einer Laiendame, Marguerite Porrette ist das, die da ein Buch verfasst und das als ketzerisch und heretisch angesehen wird und gegen das man wahnsinnig stark vorgeht. Und es gibt diese unterliegende Angst und Furcht vor diesen aus der Laienbewegung stammenden Impulsen, die eben ketzerisch unter Umständen sein können. Und in diesen Boden fällt eben auch die Auflösung des Tempelordens. Und das macht so ein bisschen stärker erklärbar, warum die Situation vielleicht so wird oder so ist, wie sie ist. Aber einen ganz wichtigen Konflikt haben wir noch nicht angesprochen. Auch vielleicht der wichtigste, den er hat. Es gibt einen massiven Konflikt zwischen dem französischen König und dem Papst. Ich mag überraschen, weil du gerade ja gesagt hast, er ist so, siehst du, als der christlichste aller Könige. Das heißt aber nicht, dass er sich den Papst untertan fühlt. Und genau der Papst der Zeit, Bonifaz VIII., der kommt her und er lässt eine Bulle, die das Primat des Papstes über die Krone erklärt. Er sagt, der Papst steht über den gekrönten Häuptern, auch über den Königen. Und der französische König sagt, äh, nein. Genau, richtig. Also das wird ja mitunter immer als die Bulle des Mittelalters bezeichnet. Unam Sanktam ist die Bulle, wo eben das Primat des Geistlichen über das Weltliche dargestellt wird. Und das entsteht eben in einer Situation, du hast den Namen schon genannt, Bonifaz VIII., in der auch also eine massive Konfliktsituation vorherrscht. Also man muss sich vorstellen, Bonifaz stammt aus der Familie der Ketani. Ich hoffe, dass das richtig ausgesprochen ist. Und ist also inmitten eines Familienstreits in Italien eingebunden. Und es gibt auch da, und auch das muss nicht überraschen, unterschiedliche Vorwürfe der Heresie schon. Also man klagt sich gegenseitig an und beschuldigt sich gegenseitig. Und da wird auch klar, dass dieser Heresie-Vorwurf auch ein politischer ist. Man erkennt die Wirkungsmacht eines solchen Vorwurfs stark. Und warum dieser Streit dann eskaliert, ist unter anderem aufgrund dieser Finanznot von Philipp IV., denn er beginnt, eine Sache zu tun. Er fängt an, den französischen Klerus zu besteuern. Und darüber eskaliert der Streit. Bonifaz, der VIII., leitet Gegenmaßnahmen ein. Philipp IV. sagt wiederum, Güter dürften nicht ausgefahren werden. Genau, Güter. Genau, nach Rom gebracht werden. Also man blockiert sich gegenseitig. Und dann kommt eben diese Bulle Unam Sanktam. Und dann mischt sich Philipp IV. eben in diese Familienstreitigkeiten in Italien ein, unterstützt die Gegenfamilie. Und dann kommt etwas, was wirklich schon wahnsinnig auffällig ist und was wir für den Templer-Prozess dann sehen. Nämlich, es gibt Anschuldigungen seitens des französischen Königs oder seiner Berater, dass auch der Bonifaz VIII. Heretiker sei. Und also, ja. Da gibt es dann eben eine Anekdote in diesem Streit, die ich hatte, weil es gibt ein schönes Bild zu. Es gibt das Attentat von Anani. Genau. Das ist genau der Punkt, die Familienstreitigkeit. Einer der Parteigänger von Philipp IV., die wir auch schon noch mehrfach hören werden, Jean de Nogaret, verbündet sich mit seinen innerrömischen Feinden, also eine andere römische Familie, die ihm auch feindlich gesonnen ist, und überfällt ihn an seinem, also Bonifazien VIII., an seinem Sommersitz. Der zieht sich zurück im Sommer in die Kathedrale von Anani. Und da wird er im Prinzip überfallen, wird gefangen genommen, wird auch gedemütigt. Die Bewohner des Ortes befreien ihn dann schließlich, vertreiben die Angreifer. Er wird befreit, stirbt aber vier Wochen später in Rom, vermutlich auch infolge dieser Ereignisse. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Er schickt seine Verbündete und seine Hecher aus, um diesen Papst gefangen zu nehmen, zum Rücktritt zu bewegen. Das ist also fast beispiellos, dass dieser Konflikt zwischen König und Papst wirklich in Handgreiflichkeiten gegen den Papst eskaliert. Absolut. Also die gegnerische Familie ist die Colonna-Familie, die hattest du gerade erwähnt. Und die Anschuldigung, die dann auch so in diesem Attentat, also von Anani wird es ja immer genannt, mündend ist. Also dem Papst wird unter anderem vorgeworfen, dass er eben der Heresie anheim gefallen ist. Er soll sich Ämter gekauft haben. Symonie-Vorwurf, auch ein Klassiker. Und, das fand ich ganz spannend, er hätte Silberabbildungen, also Götzenbilder von sich selbst in Kirchen aufstellen lassen und sei Sodomit gewesen. Das sind Anschuldigungen, die sehen wir alle, alle später. Also diese Dinge, die wir hier hören, werden für die Templer übernommen. Gerade diese Anbetung eines Götzen ist was, was gerade im Templer-Prozess noch große Schlagkraft entfalten wird. Warum, erklären wir gleich. Aber man sieht hier eben die Vorboten und gewisse Parallelen dieses politischen Heretiker-Prozesses jetzt schon. Ja, also da werden bestimmte Typen und Vorwürfe, die als besonders schwerwiegend galten, aufgebracht und schon implementiert. Und darauf baut dann eben auch der Templer-Prozess auf. Und der Nachfolger von Bonifat, dem Achtung, okay, dazwischen gibt es dann noch einen Benedikt, ich glaube der Elfte, der aber nur ein Jahr regiert. Der ist für unsere Geschichte nicht weiter wichtig. Also im Prinzip der Papst, der dann darauf folgt, der Nachfolger des Nachfolgers, der wird noch ganz spannend für unsere Geschichte. Das ist Clement V. Hier ist eine Münze von ihm. Genau. Eine bessere zeitgenössige Abbildung habe ich ums Verrecken nicht gefunden. Das sollte schon herhalten für unsere Zwecke, genau. Clement V, der folgt 13.5, glaube ich, müsste das sein, ins Amt. Und wird vor allem auch deshalb gewählt, weil er mit diesen Familien, mit diesen römischen Familien nicht in der gleichen Weise verbandelt ist. So ein Kompromisspapst, der auch als eher schwach galt, unter anderem, weil er gesundheitlich super angeschlagen war. Und sein schlechter, sein schwacher gesundheitlicher Zustand wird immer wieder auch eine Rolle spielen, weil das auch im Prozess oder im Konflikt mit Philipp IV. immer wieder zu Pausen kommt, zu Verzögerungen kommt und der Monate Zeit bittet, um sich irgendwie wieder zu erholen. Und das spielt eine Rolle. Also ein Kompromisspapst, der nach diesem großen Konflikt mit Bonifaz, der ist natürlich nicht ausgestanden, aber der darauf folgend sozusagen ins Amt kommt. Und das Wichtige ist zu wissen, denn damit beginnt eine ganz, ganz wichtige Zeit, auch im Papsttum ist, dass aufgrund dieses weiterschwellenden Konflikts, unter anderem zwischen den Familien, er sich nicht mehr in Rom niederlassen kann, sondern nach Avignon geht. Das ist nominell außerhalb sozusagen des französischen Besitzes, aber es gibt eben Zugriff nach wie vor drauf. Also das ist im Grunde so eine Zwischenstellung, die wir haben. Und damit beginnt die Zeit des avionesischen Papsttums, die er einige Jahre anhalten wird. Noch nicht des großen Schismas, das kommt dann ins große abendländische Schisma, dass wir einen Gegenpapst haben. Die römer, die römischen Kanäle wählen einen Gegenpapst. Aber das, was wir gerade haben, ist halt wirklich so der Einstieg in das große abendländische Schisma. Deswegen wird es noch ganz wichtig. Aber das avionesische Papsttum, er ist natürlich auch für Philipp eine tolle Situation. Dieser Clement V. ist viel, viel freundlicher eingestellt gegenüber Philipp als Bonifaz. Eigentlich für ihn fast ein Traum. Konflikt werden wir trotzdem haben, aber er ist halt auf keinen Fall ein großer, eingeschworener Gegner des französischen Königs. Sondern eigentlich sogar erstmal für Philipp ein Segen, dass er diesen Papst jetzt hat. Absolut. Und das spannt so jetzt ein bisschen den Bogen auf, diese Gesamtsituation, mit der wir uns da konfrontiert sehen. Jetzt haben wir die Hauptakteure, glaube ich, erstmal genannt. Einen noch, der spielt aber, obwohl er so berühmt ist, ist eine gar nicht so große Rolle in der ganzen Sache. Jacques de Molay natürlich. Der letzte Großmeister der Templer. Legendäre Gestalt quasi. Richtig, eine legendäre Gestalt. Aber vornehmlich, weil das Schicksal so gespielt hat. Weil es so gespielt hat. Nicht so sehr wegen seiner persönlichen, seiner herausragenden Handlungen. Auch da ist die Forschung immer wieder hin und her gerissen. Was ist denn eigentlich die Rolle des Jacques de Molay? Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber wichtig zu wissen, Jacques de Molay wird eben der letzte Großmeister, wird der letzte Großmeister des Templerordens sein. Mit ihm geht sozusagen die Zeit dieser Ordensgeschichte zurück. Und er wird natürlich eine zentrale Figur im Prozess selbst. Sozusagen auf ihn müssen wir immer wieder gucken, was macht er, was tut er. Zwei Personen möchte ich noch nennen, die, glaube ich, für den weiteren Ablauf wichtig sind, die eher noch so in dem Bereich von Philipp einzuordnen sind. Er nämlich ist das Guillaume de Nogere. Das ist einer der ranghöchsten Berater des französischen Königs gewesen. Er selbst, wir haben ihn gerade im Kontext des Attentats von Anna Nye schon kennengelernt. Aber er war, es weiß ich, selbst Jurist. Und war eben eine der treibenden Kräfte in dieser Konfliktsituation. Zunächst mit dem Papst, aber dann auch mit dem Templerordnen. Beides geht ja Hand in Hand, weist gewisse Parallelen auf. Also sein Name ist wichtig. Weniger bekannt für die von euch, die sich vielleicht mit der Auflösung des Ordens auch schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, ist vielleicht die Rolle des Wilhelm von Paris. Das ist ein, ja, das ist der Inquisitor Frankreichs sozusagen gewesen, der offizielle, also auch eben von päpstlicher Seite als solcher benannt. Und nicht ganz unwichtig ist, dass er ganz eng verbandelt war mit Philipp IV., denn er war sein Beichtvater. Und damit ist natürlich eine gewisse Enge und Nähe der beiden Personen gegeben. Und er wird Zeit dieses Prozesses und dieses Konfliktes auf Seiten Philipp stehen und ganz wichtig für die Frage danach sein, dürfte Philipp eigentlich das, was er getan hat? Denn da gibt es, das sieht der Papst etwas anders, als es Philipp sieht. Und der Inquisitor als offiziell Beauftragter des Papstes sozusagen wird maßgeblich relevant dafür zu sein, dass Philipp sagt, ich dürfte das eigentlich, ich musste handeln aufgrund der Vorwürfe und habe deswegen vorzeitig die Templaten festgelegt. Die Inquisition in Frankreich ist natürlich eben eng verbandelt mit dem Kampf gegen die Katara, gegen die Baldenser. Deswegen ist sie in Frankreich auch relativ stark. So starke Inquisition haben wir im Heiligen Römischen Reich oder in Italien zu der Zeit gar nicht. Spanien ist, was Inquisition angeht, sowieso ein völlig anderes Thema. Aber wir haben tatsächlich eine relativ starke Inquisition. Die Dominikaner sind da sehr, sehr stark involviert, einfach weil sie genau im Kampf gegen die Katara und Baldenser, der am Anfang durchaus ein theologischer Kampf war, da hat man diesen Battle-Orden, der theologisch extrem gut geschult war, genommen und hat ihn an die Front geschickt, quasi an die theologische Front. Und daraus hat sich dann im Prinzip die Inquisition entwickelt, deswegen sind Dominikaner immer sehr stark damit verbunden. Ich meine auch, Gilles de Paris oder Villain von Paris ist eigentlich auch Dominikaner gewesen. Normal für die Zeit. Genau. Da gibt es, wie heißt der aus dem Namen der Rose? Goui? Bernardo Goui? Mhm. Ist eine ganz, ganz bekannte Figur, eben Ausnahme der Rose, der war auch Inquisitor zu der Zeit. Ist auch am Rande mit den Templer-Prozessen beschäftigt, aber das zeigt eben, wir sprechen genau von diesen Dominikanern in der Inquisition. Da haben wir auch eben unseren Goui de Paris. Genau. Ich würde sagen, und damit stellen wir uns mal die Frage, was passiert eigentlich? Ja. Also was geschieht da? Wie kommt diese ganze Sache ins Rollen? Vor allem kommt die ja plötzlich ins Rollen. Ein Jahr vor unseren Ereignissen muss Philipp IV. noch in der Templerburg in Paris Zuflucht suchen vor einem Aufstand. Und diesen Templersitz wollte ich nochmal kurz vorstellen. Hier haben wir ihn. Das ist schon ein kleineres Stadtviertel. Und wir sehen hier auf der rechten Seite sogar einen Bergfried, einen Donjon, ganz typisch für französische Befestigung. Also nicht nur so ein kleines Kloster in einer Stadt, sondern eine richtige Festung mitten in Paris. Riesending. Und wir reden da gerade bei diesen großen Tempelburgen auch durchaus von einer ordentlichen Anzahl von bewaffneten, gut ausgerüsteten Rittern. Also dass die auch in den Ereignissen gleich so fast überrumpelt werden können, ist schon bemerkenswert, weil die, wie man hier sieht, also das ist so der Bastille nicht unähnlich, eine Festung mitten in der Stadt haben. Und das zeigt natürlich unterschiedliche Dinge. Das zeigt zunächst mal die außerordentliche Machtposition, in der der Orden mittlerweile noch fast 200 Jahren seines Wirkens ist. Den außerordentlichen Zuspruch, den es Zeit seiner Existenz bis auf in der frühen Phase natürlich genossen hat. Und es zeigt auch, wie eng verbandelt die französische Krone und der Templerorden sind. Und insofern sind diese Ereignisse eben schon bemerkenswert in ganz vielerlei Hinsicht. Und am Ende wird natürlich die Frage stehen, die wir auch diskutieren müssen, warum geschieht das alles? Und ich mag nochmal darauf hinweisen, auf dieses Vertrauensverhältnis, das da auch lange bestand. Du hattest vorhin schon die Finanzaktivitäten angesprochen. Dieses enge Verhältnis zwischen den Templern und sozusagen den königlichen Verwaltern in Finanzangelegenheiten. Das heißt, es wurden dreimal im Jahr Rechenschaftsberichte des Templordens an die französische Krone gesandt, was mit den Geldern geschieht. Die Templer waren als Geldverleiher in ganz großem Stil auch in der französischen Krone unterwegs. Und im Zuge dieser Finanzreformen, die gerade schon angedeutet wurden, dieser Umstrukturierung auch des Organisationswesens der französischen Krone, kommt es eben dazu, dass im Louvre einerseits und auch im Temple in Paris sagen, die Gelder umstrukturiert werden, da ergeben sich neue Prozesse. Das wurde in der Vergangenheit in der Forschung immer wieder darin gedeutet, dass Philipp das Vertrauen in die Templer verloren hätte. Das würde ich, glaube ich, in der Form nicht bestreiten, nicht unterstützen. Ich glaube nicht, dass es große Vorboten gab, sondern Philipp hat bis ganz lange dem Orden relativ stark vertraut und war auch auf ihn angewiesen. Schon allein eben in diesen Finanzangelegenheiten. Und umso überraschender ist es natürlich, dass dann das geschieht, was wir am Oktober dem 13, 1307 oder was dann der Öffentlichkeit eben gewahr wird. Denn die französischen Templer werden festgenommen und ihre Besitzungen, ihr Hab und Gut, wird von Seiten der französischen Krone konfisziert. Und zwar werden sie furchtbar überraschend festgenommen. Also es wurden hier gerade von Guillaume de Nogaret versiegelte Briefe in ganz Frankreich herumgeschickt mit der Aufforderung, sie wirklich erst an diesem Tag, an diesem Freitag, den 13. zu öffnen und den Inhalt direkt auszuführen. Und auf diese Art und Weise wird in ganz Frankreich gleichzeitig zugeschlagen. Wobei ganz Frankreich ist, wie gesagt, nicht das heutige Frankreich, sondern der Machtbereich des Königs. Aber in seinem Machtbereich wird gleichzeitig zugeschlagen. Die Templer werden vollkommen berumpelt und man brüstet sich später, dass in ganz Frankreich nur zwölf Templer der Verhaftung entkommen sei und davon nur ein einziger von Rang. Ob das wahr ist, können wir natürlich nicht sagen, ist eine Quelle. Aber im Prinzip haben wir es hier mit der ersten koordinierten Polizeiaktion vielleicht sogar der Geschichte zu tun. Auf jeden Fall im Mittelalter vollkommen unüblich und eigentlich auch nicht das, was im Machtbereich eines Königs oder auch des Kaisers gelegen hätte. Denn wir reden da von Basallenstaaten. Das zeigt auch schon, dass Philipp mit seinen Reformen anfängt, eine Machtposition auszubauen in seinen Gebieten, die andere Könige gar nicht hätten. Also im Heiligen Römischen Reich wäre so eine Polizeiaktion überhaupt nicht möglich gewesen, weil die Zuständigkeitsbereiche schon völlig andere gewesen wären. Und auch England hätte das meiner Meinung nach nicht hinbekommen. Da sehe ich schon eine Folge der Reformen von Philipp. Aber wir haben wirklich eine völlige Überrumpelung. Die Templer ahnen gar nichts. Die werden komplett überrumpelt festgenommen. Du hast jetzt eine ganze Reihe an wirklich interessanten Punkten angesprochen. Ich versuche, die mal der Reihe nach aufzunehmen. Diese Geheimaktion, das sieht man auch schon darin, einen groben Monat vorher. Also 14. September wird die Festsetzung der Templer beschlossen. Also wir haben wirklich einen Monat Vorlauf. Und dann gehen eben diese geheimen Versiegeln Briefe raus, mit dem Hinweis, sie dann zu öffnen und dann diese Nacht-und-Nebel-Aktion sozusagen durchzuführen. Und was wir hier auch sehen ist, Ende September fragt Clemens V. noch bei Philipp IV. an, ob es Neuigkeiten in dieser Templer-Angelegenheit gäbe. Und diese Streitigkeiten sind extrem ausführlich sozusagen auch dokumentiert. Aber da sieht man, dass diese Aspekte Geheimhaltung, dass Clemens nicht in alle diese Aktionen nicht einbezogen wird. Also man sucht nicht aktiv sozusagen das Platzet von Clemens V. Sondern der wird absichtlich im Dunkeln gelassen, weil er natürlich, und das spricht den zweiten Aspekt an, weil er damit natürlich ein Problem hätte. Warum hat er damit ein Problem? Denn das ist ein exempter Orden. Also der ist sozusagen nicht der Krone unterstellt, der ist nur dem Papst unterstellt. Und Philipp übertritt ganz klar seine Befugnisse, die er sozusagen diesem Orden gegenüber hat. Und das zeigt auch weiter sozusagen diese Missachtung oder dieses weitere schwelende Konflikt zwischen Königstum und Papsttum, dass er sich das traut und auch erstens durchführen kann, wie du sagst. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt zu sehen. In anderen Regionen wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen. Aber schon allein, dass er den Nerv dazu hat, es durchzuziehen und diesen Konflikt aktiv zu suchen. Denn ihm muss klar sein, dass Clemens V. das in der gleichen Weise nicht getan hätte und damit ihn vor vollendete Tatsachen stellt. Und später wird er behaupten, als das stattfindet, er hatte keine andere Wahl, denn die Heresie, die war so umfassend und er musste was als christlichster aller Könige, musste er was gegen diese Heresie tun. Und wie weit es um diese Heresie Vorwürfe ist, haben wir im Prozess mit Bonifaz VIII. schon gesehen. Das hört sich alle sehr danach an, als wäre das fabriziert. Aber das ist auch eine Frage, die wir gleich noch beantworten müssen. Ja, es gibt auch so einen Vorlauf. Also gerade Clemens V. ist auch ein Freund der Idee, die Templer und Johanniter zusammenzulegen. Und spannenderweise die Person, die sich Hoffnung darauf macht, diesem vereinten Orden als Ordensgroßmeister vorzustehen, ist ausgerechnet Philipp IV. Genau. Und auch seine Berater wollen das eigentlich ganz gerne und dann auch durch Synergieeffekte quasi die eingezogenen Güter, damit einen neuen Kreuzzug zu finanzieren. Das ist bei seinen Beratern ganz groß. Philipp scheint davon gar nicht so begeistert zu sein. Das scheint für ihn zumindest in seinen späteren Taten keine Rolle zu spielen. Aber ausgerechnet er ist derjenige, der Vorsteher eines Gesamtordens machen könnte. Da dürfte auch Clemens V. überrascht sein, weil der eigentlich ein Vorgehen in eine andere Richtung erwartet haben könnte. Genau. Womöglich. Was erneut die Frage nach den Motiven herausstellt, wo man sich fragen muss, okay, warum geschieht das eigentlich alles? Aber man sieht hier eben auch diese unglaubliche Komplexität, diese Gesamtlage. Und wenn ich dann immer darstellen und höre zu sagen, naja, er wollte halt den Orden auflösen, weil er Kohle brauchte. Ja, es stimmt wahrscheinlich irgendwie, aber es geht also eben um wahnsinnig viel mehr. Und ein Problem der Darstellung fast immer ist jetzt, wir sind jetzt im Jahr 1307. Und die Darstellung ist jetzt, die Templer werden verhaftet. Und das nächste Bild, das wir gezeigt bekommen, ist die Verbrennung von Jacques de Molay. Das sind wir aber Jahre später. Das, was sich jetzt kommt, zieht sich über Jahre hinweg. Auch die Auflösung des Tempels ist noch etliche Jahre hin. Das ist ganz wichtig, dass wir es hier eben nicht mit einer Hauruck-Aktion haben. Also die Verhaftung ist eine Hauruck-Aktion, aber alles, was danach kommt, das ist eben nicht mehr ganz, ganz schnell, ganz, ganz hurtig, sondern jetzt sind wir mitten im typischen Bild des Mittelalters, ab jetzt muss es juristisch korrekt zur Sache gehen. Jetzt kommen wir nicht mit, natürlich werden wir es ja, wir kommen offiziell, haben wir es nicht zu tun mit irgendwelchen willkürlichen Akten, sondern wir haben es jetzt mit mittelalterlicher Juristerei zu tun. Und das ist eine komplexe Angelegenheit. Und dann sehen wir auch, dass unser, oder was heißt unser, das herkömmliche Bild des wilden Mittelalters, wo irgendwie alles möglich ist, einfach überhaupt nicht geht. Denn dieser Prozess, den wir hier vor uns haben, ist also aus juristischer Sicht wahnsinnig komplex, was die Zuständigkeiten zwischen Krone und Papsttum sozusagen angeht, ist wahnsinnig komplex. Und das ändert sich und verschiebt sich immer wieder. Das sind Konflikt- und Aushandlungsprozesse, vor denen wir hier stehen. Und ich versuche mal, eine Form von Chronologie da durchzulegen. Denn wenn man sich hier so die Standardliteratur irgendwie von Malcolm Barber zum Beispiel anguckt, den ich da sehr empfehlen kann, da werden Bücher darüber geschrieben, wie diese Verhöre und diese Prozesse abgelaufen sind. Aber wir versuchen sozusagen mal da ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen. Also am 13. Oktober, Freitag der 13. übrigens, da müssen wir auch noch gleich sprechen, werden die Templer festgenommen. Und gleich danach gibt es eben auch die ersten Verhöre durch in aller Regel, also Wilhelm von Paris als dominikanischer Inquisitor ist daran beteiligt. Aber in anderen Ländern zum Beispiel oder auch in anderen Regionen sind das Beamte der Krone, die diese ersten Befragungen durchführen. Und da ist die Quellenlage, die wir haben, nicht besonders gut, die wir haben. Aber es wird eben basierend auf den ersten vier Vorwürfen, die von einem Denunzianten vorgebracht wurden, Esquieu de Florent. Der war prior, ich glaube, in Montfosson. Und der rühmt sich später damit, dass er eben sozusagen diese ersten Anklagepunkte gegen die Templer hervorgebracht hätte. Und da sehen wir viele der Punkte, die wir eben bei Bonifaz auch schon gesehen haben. Da ist das Bespucken des Kreuzes, homosexuelle Akte oder das Küssen auf das Steißbein und die Verehrung eines Idols, eines Götzens. Auch das haben wir bei Bonifaz schon gesehen. Und basierend auf diesen ersten vier Punkten werden diese ersten Befragungen durchgeführt. Das ist der 13. Oktober. Das nennt man bis mal die erste Verhörwelle sozusagen. Kurzer Einschub. Ich werde auch hier nochmal ein Video von dir verlinken, weil genau mit diesen Sachen hast du dich im Detail befasst. Also so Sachen wie die Götzenverehrung, das ist so ein ganz allgemeines Bild. Baphomet ist hier eben ein Punkt, da hast du einen ganzen Film drüber gemacht. Auch das Bespucken des Kreuzes ist der typische Vorwurf gegen die Muslime in der Zeit. Also dass wir es hier nicht mit neuen Vorwürfen zu tun haben, sondern mit alten, bereits bekannten Stereotypen. Und gerade diese Muslimennähe wird den Tremplern zum Teil vorgeworfen. Da hast du sogar eine ganze Reihe Filme gemacht, aber zumindest den über Baphomet werde ich hier nochmal verlinken. Wer sich damit näher beschäftigen will, da gibt es ganz, ganz großartiges Material von dir. Super, ich danke dir dafür gerne. Genau, ein wichtiger Punkt, vielleicht schieben wir den jetzt ein, ist diese Artung der Vorwürfe. Denn diese Muslimennähe ist natürlich was, was in dieser Zeit auch dieses religiösen Konflikts natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. und vor allem bei den Templern natürlich ein extremst, sagen wir von Anklage sei denn, kluger Punkt war, weil dieses Vorwurfs der Muslimennähe, da haben sich die Templer Zeit ihres Bestehens ausgesetzt gesehen und wahrscheinlich ist der noch nicht mal richtig unrichtig. Und zwar aus sehr pragmatischen, sehr nachvollziehbaren Gründen. Wir haben bereits erwähnt, dass im levantinischen Bereich sozusagen die Templer eine der Speerspitzen dieses Krieges waren. Und allen war klar, dass man natürlich im levantinischen Bereich in Utremeer unterlegen war von der Troja, von Gruppen, von sozusagen der militärischen Stärke. Und es gab überhaupt keine andere Möglichkeit als mit Bündnissen und Diplomatie sozusagen auch muslimischen Feinden sozusagen gegenüber zu treten und sich diese vom Leibe zu halten. Und daher ist diese Vorwürfe der Muslimennähe natürlich nicht ganz von ungefähr und wahrscheinlich gar nicht unrichtig. Was natürlich nicht bedeutet, dass sozusagen Glaubensgrundsätze in irgendeiner Weise sich umgedeutet worden wären und dergleichen. Aber es ist eben ein naheliegender Vorwurf, der wahrscheinlich auch in Teilen in der Realität begründet ist. Aber wir haben halt auch in Utremeer, das darf man nicht vergessen, Vermischung. Also es gibt dort auch muslimische Untertanen unter christlichen Herren. Es gibt Verbündete. Die Schlacht von Hattin ist immer so gern die Kreuzfahrer gegen die Muslime. Und es wird vergessen, dass da wie viele tausend Tokopolen, also muslimische Kämpfer auf Kreuzfahrerseite mitgekämpft haben. Das Ganze, gerade in der Darstellung, ist da oft schräg. Natürlich gibt es auch einen alltäglichen Umgang mit Muslimen. Es gibt auch Hass auf beiden Seiten, ganz klar. Aber wir reden über 200 Jahre Kreuzfahrerstaaten, die nie eine christliche Majorität in der Region hatten. Es gab immer die muslimischen Einwohner. Und lustigerweise ist auch die Missionierungsbestrebung gar nicht so extrem ausgeprägt. auch Vertreibung ist nicht so unfassbar. Wir haben da die ganze Zeit über muslimische Besiedlung. Und daher, wie du schon gesagt hast, dieser Vorwurf, der hat Hand und Fuß. Genau. Auch ein anderer Vorwurf, ich glaube, du hast ja da ein Bild auch zubereitet, nämlich der Vorwurf der Götzenverehrung. Also der Anbetung eines Idols oder eines Kopfes, das wird auch genannt, das habe ich in dem besagten Waffe-Mit-Video auch mal aufgearbeitet, der ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und zwar insofern, als dass wir eine ganze Reihe Reliquare und ganz herrliche Reliquare offenbar im Templer besitzt hatten. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das stand jetzt nicht aus dem Templer von selber. Aber bei den Templern wissen wir zum Beispiel, dass die Zeit... Ist aber aus der Zeit. Genau, ist das ein zeitgenössisches und da kann man sich ungefähr vorstellen, wie sowas aussah und dass eine Verehrung eines Kopfes auch nicht ausgedacht ist. Denn die hat natürlich in der gesamten christlichen Welt ganz große Bedeutung und von unschätzbarem Wert und gerade bei den Templern wissen wir von einem Kopf-Reliquare der heiligen Euphemia und auch der heiligen Ursula, die im Besitz des Ordens waren. Und die Euphemia wurde zum Beispiel, da habe ich mal was zu publiziert, in Atlit, in Chateau Pallarin, also einer Festung im heutigen Israel verehrt und war berühmt dafür, dass sie ein Templerbesitz war. Und natürlich haben auch die Templer diesen reliquaren Verehrungen entgegengebracht. Auch das ist also nicht komplett unrichtig. Aber nicht nur ein Charakteristikum natürlich der Templer, sondern ein Charakteristikum der Zeit. Aber das heißt, und das finde ich einfach immer ganz spannend festzustellen, dass diese Vorwürfe, sie sind zwar fabriziert, aber sie fußen auf irgendwas. Auch die ganze Reliquienverehrung ist ja ohnehin so ein Streitpunkt im Christen immer gewesen, weil da immer eine Frage ist, ist das schon Götzenverehrung? Weil das ist nicht Gott, der hier angebetet wird, es sind die Heiligen. Dem wird eine mittlere Rolle zugesprochen, aber letztlich kratzen wir da einen alten, großen, großen Konflikt wieder auf, der zum Beispiel 200 Jahre oder doch 200 Jahre später wieder aufkocht. In der Reformation wird die Reliquienverehrung komplett verworfen mit dem Argument, es ist Götzenanbetung. Und dann haben wir einen Bildersturm in den Kirchen, der die ganzen Abbildungen und die ganzen Darstellungen zerstört, weil es Götzenanbetung ist. Also wir haben hier tatsächlich einen Konflikt, der ist nie ganz weg und daran wird schon wieder gekratzt. Den letzten Punkt, den ich hier noch aufbringen will, ist der der Sodomie oder das, was damals als Homosexualität primär verstanden wurde. Und auch da müssen wir natürlich sagen, das war im Ordens, im monastischen Bereich, war das durchaus ein Phänomen. Da waren ganz viele Männer beieinander. Wir finden gerade in der Templerregel, wie in ganz zahlreichen anderen Regeln auch, Vorkehrungen, das sind in Dormitorien zum Beispiel, Lichter oder Kerzen weiter brennen sollten. Und da ist immer wieder interpretiert und zu sagen, naja, das geht eben auch darum, zu sagen, man will die körperliche Nähe der Beteiligten untereinander adressieren. Und auch das ist sicherlich vorgekommen, wie es eben in anderen Ordensgemeinschaften auch vorgekommen ist. Fraglos. Genau. Und auch da muss man natürlich sagen, dass es aber in einer institutionalisierten Form oder auch das Leugnen Christi oder das Spucken auf das Kreuz, diese Küsse oder diese Götzenfehrung in einer institutionalisierten Form eben praktiziert worden sind, das lässt sie eben einfach in keinster Weise zeigen. Und deswegen ist man auch in der Forschung relativ sicher, dass es eben fabrizierte Vorwürfe sind. Auch dieses Hinternküssen kommt ja später in der Hexenverfolgung wieder massiv auf. Das ist ja das Zeichen, dem Satan den Hintern zu küssen ist ja der Pakt quasi. Also auch da sind wir wieder in Vorwürfen. Die denken sich nicht viel Neues aus. Ja, genau. Das sind diese alten Muster, auf die immer wieder rekurriert wird und die natürlich, das sehen wir auch schlagkräftig sind. Aber auch da, weil wir gerade eben auch von religiöser Verfolgung dann auch sprechen, hier haben wir es erstmal mit einer weltlichen Verfolgung zu tun, die sich allerdings kirchlicher Würdenträger als Protagonisten bedient. Genau, richtig. Und das führt uns auch zu dieser zweiten Verhörwelle. Also diese ersten zwei Verhörwellen fußen erst noch massiv auf diesen ersten vier, fünf Vorwürfen, die wir jetzt gerade dargelegt haben. Die beginnt ab dem 19. Oktober und da haben wir eine ganz interessante Zahl. Da werden in Paris 138 Templer verhört und vier von diesen Templern, man findet auch immer wieder die Zahl fünf, also entweder vier oder fünf sind es, es sind die einzigen, die sich dieser Vorwürfe als nicht schuldig bekennen. Also quasi alle Templer gestehen die Vorwürfe, die ihnen gemacht werden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, vielleicht waren sie alle schuldig. Also das ist natürlich so die Frage. Da möchte ich zwei Aspekte aufnehmen zum Ersten. Wer wurde da, wer ist da festgenommen worden? Wir haben in dieser ersten Festnahmerunde Leute, die sind 26, die sind 1307 in den Orden eingetreten, 26 Jahre alt, also noch im Jahr sozusagen der Verfolgung. Kurz davor sind die dem Orden beigetreten, als Servient zum Beispiel, also als nicht adeliges Mitglied, das sozusagen in einer minderen Rolle im Orden tätig war und quasi noch keine Anknüpfung, keine Assoziation richtig an den Orden hatte, der also komplett neu war. Oder wir haben den 80-Jährigen, der Schweinehirt war und also für den Orden Dienst getan hat. Das ist so die Range, in der wir uns befinden. Wir haben gerade in dieser ersten Runde ein Durchschnittsalter von Ende 40. Also das heißt, wir haben hier nicht die Kriegerelite, nicht die, die in Zypern verweilen und an der Front sozusagen den seit Jahren Kriegsdienst leisten, sondern wir haben hier das, was wahrscheinlich auch der Ordensdurchschnitt war. Leute, die auf den Gütern gedient haben, die sozusagen dort verweilt haben und die sagen nun aus, Entschuldigung, die sagen nun aus, dass der Orden schuldig ist. Die waren festgenommen worden in der Nacht- und Nebelaktion und wir wissen auch, dass eben Folter angewandt wurde. Das wurde am Anfang eher verdeckt getan, aber später auch in offizieller Weise, um eben die Geständnisse zu erpressen. Folter ist so ein ganz komisches Thema in der Zeit, weil zum einen es wird nicht massiv und institutionalisiert gefoltert, wie zum Beispiel in der Neuzeit der Fall ist. Da gibt es ja Strafrechte, wo im Prinzip Folter üblich ist. Aber es gibt auch so die Aussagen im juristischen Bereich, eine Aussage ohne Folter ist nur so halb glaubwürdig. Also wir sind in einem ganz komischen Spannungsfeld, deswegen gerade hier wird viel gefoltert. Und sich der Folter zu entziehen ist natürlich ein Punkt. Und dann immerhin auch da die Leute, die jetzt nicht die Jungen nachgösseln, sondern in dieser Menge haben wir auch ein paar Veteranen, die sind sich im Klaren, sie sind im elitären Templerorden, der dem Papst direkt untersteht. Und ich glaube zum Beispiel, bin ziemlich überzeugt, dass die der Meinung sind, das Ganze hier wird sich auflösen. Damit kommt der Kerl nicht durch. Der Papst wird ein Machtwort sprechen und die Sache ist, der Spuk ist in ein paar Wochen wieder vorbei. Das ist auch noch so ein Motivationsaspekt, den ich einwerfen möchte, weil der nicht von der Hand zu weisen ist. möchte ich ganz stark unterstreichen, denn das erklärt womöglich auch, was ein paar Tage später passiert, nämlich am 28. Oktober, wissen wir von Jacques de Molay, der mit einigen seiner Brüder vor den König tritt, Versammlung von Prelaten, Doktoren der Universität und alle Anklagepunkte gesteht. Und unter seinem Urteil Namen und Siegel setzt und sagt, ja, wir sind in all diesen Punkten schuldig. Und dann denkt man sich natürlich, okay, warum würde er das in der Tat tun? Und da gibt es, das wissen wir nicht, dass er das in dieser ganz klaren, frühen Form so explizit tut, das können wir nicht genau erklären, aber einer dieser Punkte, die du jetzt gerade aufgebracht hast, halte ich für ein sehr starkes Argument, zu sagen, mir ist total klar, dass Philipp der Viertel hier eine völlige Grenzüberschreitung getan hat, der Papst wird sich einmischen, der König kann uns überhaupt nichts, das wird sich aufklären. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass er seine Mitbrüder vor Folter beispielsweise schützen wollte und sagen, okay, ich beende den Spuk hier, es wird sich sowieso alles ergeben. Aber das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, dieses Geständnis, denn die werden auch von anderen Templern nach und nach wieder zurückgerufen, man rudert teilweise zurück und dann beginnen natürlich die konkreten Probleme, denn wenn du zuerst gestehst und dann wieder deine Unschuld beteuerst, ist es sozusagen in dieser Form von Glaubensverfahren wahnsinnig kompliziert und bringt dich der Todesstrafe deutlich, deutlich näher, weil du dann Relapsus bist und sozusagen rückfälliger Heretiker bist, der natürlich nach allen Regeln der Kunst zu bestrafen ist. Das ist so ein Irrtum, ganz, ganz viele Leute, die verbrannt werden als Heretiker, als Ketzer, werden nicht wegen ihrer Tat verbrannt, sondern werden verbrannt, weil sie rückfällig sind, weil sie als Ketzer wieder abfallen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die Beginne, die du vorher genannt hast, ich kann mir den Namen nicht merken, das ist wieder ein Beispiel, die ist verbrannt worden, weil sie rückfällig wird, nicht wegen ihrer eigentlichen Taten, das ist in der Inquisition ganz, ganz häufig. Wenn du danach wieder brav bist, gibt es aufs Händchen, also wirklich, viele Inquisitionsstrafen sind furchtbar milde, solange du nicht rückfällig wirst. Wenn du rückfällig wirst, werden sie richtig, richtig biestig und da, wie du sagst, gehen sie einen krassen Weg. Auch bei Jacques de Mille, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass er das Ganze gesteht, sagt, ja, wir als Orden sind schuldig, in der Hoffnung, dass dann eine genauere Untersuchung stattfindet, zum Beispiel durch den Vatikan und er dann sich auch das in Luft auflösen will. Im Prinzip ein Geständnis in Hoffnung auf eine ordentliche Untersuchung des Ganzen. Auch das ist eine Sache, die man sich vorstellen könnte, gerade vom Ordensoberhaupt. Aber die Dinge werden anders laufen. Genau, in der Tat, also die Untersuchung intensiviert sich und ab Juni 13.8 sieht man auch, da übernimmt dann tatsächlich auch päpstliche Abgesandte die Befragungen nach und nach. Also wir sehen hier diesen Wandel sozusagen auch in den Zuständigkeiten. Aber was wir eben auch sehen, ist, dass sich der Vorwurfkatalog nach und nach ausbaut. Das ist auch ein klassisches Phänomen, wo wir sehen, es gibt Initialvorwürfe und dann wird mal geschaut, was dran ist und dann kommen weitere Dinge zu Tage durch die ganzen Befragungen. Die werden alle in überarbeiteten Vorwürfen sozusagen alle mit aufgenommen, sodass wir am Ende, glaube ich, bei 127 Anklagepunkten oder sowas landen, die mehr oder weniger alle in standardisierter Form in irgendeiner Weise abgefragt werden. Und das sind wir auch schon wieder. Du hast gerade gesagt, der Papst bildet eine Kommission, die sich dann beschäftigen soll. Auf der anderen Seite, der König von Frankreich, Philipp, besteht auf einem summarischen Prozess. Er will den Orden komplett unter Anklage stellen. Der Papst möchte eigentlich lieber einzelne Prozesse gegen einzelne Beteiligte. Wie gesagt, wir haben mit Clemens V. einen Verbündeten quasi Philipps und trotzdem sehen wir einen Konflikt immer noch zwischen den beiden, der für uns banal klingt. Ja, jetzt hier eine Kommission, da die Frage, wie werden die Prozesse tatsächlich ist das gerade ein ganz, ganz großes Machtspiel zwischen Papsttum und König. Und diesen, man sieht auch, also 13.7, das müsste man noch nachreichen, passiert was ganz Entscheidendes, denn es wird eine Bulle veröffentlicht, Pastoralis Präminentia, 13.7, und die geht an die Herrscher, sozusagen auch der umliegenden Länder raus, wo gesagt wird, nehmt die Templer fest und überstellt sie bitte der päpstlichen Abgesandten. Und das ist ein ganz großes Problem für Philipp IV. Jetzt könnte man natürlich denken, ah cool, wir arbeiten zusammen. Aber was er damit macht, ist, dass er sozusagen ja auch versucht, den Prozess an sich, an sich zu nehmen und eben diese Untersuchungen einzuleiten. Und das macht Philipp IV. einen Strich durch die Rechnung, das alles handstreichartig schnell durchziehen zu können, sich womöglich, was auch immer seine Intention war, Güter zu bemächtigen, der Finanzen zu bemächtigen. Nein, jetzt ist klar, das wird ein komplizierter Prozess. Das wird eine Aushandlung und ganz geschlagen sozusagen gibt sich Clemens der Vierte in der Form nicht. So ganz am Ende will ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was in anderen Ländern mit den Templern passiert. Aber jetzt bleiben wir erstmal in Frankreich bei dem Prozess. Denn der zieht sich furchtbar in die Länge, wird auch teilweise unterbrochen. Diese Kommission setzt auch mehrfach die Arbeit aus, weil sie im Prinzip sagt, unter den Umständen können wir nicht arbeiten, es wird nicht mehr zusammengearbeitet, wir hören jetzt erstmal wieder auf. Klingt modern, oder? Klingt total modern. Richtig, also unterschiedliche politische Fraktionen, die um das Vorgehen in irgendeinem Prozess ringen. Da ist politisches Kalkül, da ist politisches Navigieren, da ist Strategie dahinter. Wenn wir in der Chronologie sozusagen noch ein bisschen bleiben, dann ist es wichtig zu sehen, meine Frage wäre, ja, wehrt sich denn keiner von den Templern? Spätestens jetzt ist klar, okay, so einfach kann Clemens die Sache nicht auflösen. Warum wehrt sich denn niemand? Das passiert, ab 1310 bildet sich eine Gruppe an durchaus gelehrten Templern, die für sich in Anspruch nehmen, den Orden zu verteidigen. Und diese Gruppe wächst und wächst und die kriegen auch Privilegien von Seiten des Papstums eingehört, zu sagen, ihr dürft andere Gefangene besuchen, dürft mit denen entsprechen, dürft sozusagen eine Form von Verteidigung vorbereiten. Und es werden am Ende fast 600 Templer, die sozusagen sich bereit erklären, den Orden zu verteidigen, ziehen ihre Geständnisse zurück und haben davor aber fast alle schon gestanden. Auch da sehen wir natürlich sozusagen erneut die Brisanz, die das beinhaltet. Und dann sehen wir ja einen Akt, der dieser Verteidigungssituation wirklich das Genick bricht. Denn im Mai 1310, das ist der Bischof von Saint, schickt er 54 dieser Verteidigenden, sich verteidigen Tempel auf den Scheiterhaufen. Denn die haben natürlich alle ihre Urteile oder ihre Geständnisse zurückgezogen und werden auf den Scheiterhaufen verbrannt. Ich glaube, auch da haben wir ein Bild oder ich glaube, mehrere Verbrennungsbilder. Genau. Das ist ein extrem häufiges Bild. Hier auch der König von Frankreich, lustigerweise werden sie innerhalb des Raumes verbrannt, ganz schräg. Aber das dürfte wahrscheinlich gerade diese 54 zeigen. Hier sieht man dann auch lustigerweise den König von Frankreich, Philipp und, auf der anderen Seite Gregor V. Die werden hier auch deutlich dargestellt. Aber das ist jetzt, glaube ich, genau diese Verbrennung der 54, nehme ich an. Und das ist, wie gesagt, in den Bildquellen immer wieder zu finden. Ist jetzt nicht zeitgenössig, ist aus dem späteren, ist aus dem 15. Jahrhundert. Aber so 14, 15. Jahrhundert sind die Templerprozesse immer wieder ein Thema in der Literatur dieser Zeit. Genau. Also hier sehen wir, da werden erstmals in großen Stile Templer verbrannt. Man muss sich ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass auch das, das liest man wieder, werden die französischen Templer verbrannt. Also die Wahrheit ist, dass es also ein Bruchteil der Leute war, die da wirklich zu Tode gekommen sind, die Mehrheit, da müssen wir vielleicht auch noch gleich darauf eingehen, hatte ja gestanden und war deshalb auch wieder berechtigt, sozusagen Teil der christlichen Gemeinschaft zu werden oder rehabilitiert zu werden in der Form, die sind dann in anderen Orten aufgegangen oder haben auch in anderen Ländern teilweise sozusagen Pensionen sogar erhalten. Also es wurde da sehr unterschiedlich mit umgegangen, aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass dann irgendwie alle französischen Templer verbrannt worden wären, denn das ist sicherlich nicht der Fall. Und das ist das Absurde, ein Geständnis, um bei diesem Geständnis zu bleiben, war eine Möglichkeit, aus der Sache lebend rauszukommen. Ja, das ist wieder das ganz Schwere. Die, die, ja, ich war es wirklich, die kommen raus und die sagen, nee, ich war es gar nicht und vorher gestanden hatten, die waren dann auf dem Scheiterhaufen. Vollkommen schräg. Wobei, da kommen wir nachher noch zu lustigen Ausnahmen. Wird ganz, ganz spannend. Absolut. Ja, bleib mal in deiner Chronologie. Genau, machen wir die Chronologie fertig. Wir nähern uns dem Ende. Insgesamt wiegen diese Anklagen und wirkt diese Last auf dem Orden dermaßen schwer, dass 1312 mit der Bulle Vox in Excel so tatsächlich aufgelöst wird. Aber die Begründung ist toll. Die Begründung sind die, da weiß ich den Wortlaut gar nicht, ehrlicherweise. Ja, aber der Sinn ist halt spannend. Sie werden ja nicht wegen der ihnen vorgeworfene Taten aufgelöst. Da geht es um die Vehemenz sozusagen der, und wegen der Unruhe sozusagen unter anderem, die gestiftet, die gestiftet wurde. Ich finde das, ja, es ist in vielerlei Hinsicht bezeichnend für diese Form des Prozesses, die da abgelaufen ist und für auch die Komplexität der Verhältnisse. Und dass so ein großer Orden sozusagen durch so eine Form von Prozess zu Fall gebracht wird, ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Genau. Also im Prinzip die Auflösung erfolgt, weil der Ruf des Ordens so stark beschädigt ist und so viel Unruhe in der deswegen herrscht, dass er quasi nicht mehr zu retten ist. Die Marke Templer ist verbrannt. Die lassen wir jetzt sein. Ja. Und wir setzen aufs andere Pferd. Der Johanniter-Orden ist ja auch noch da. Die Templer-Güter fallen an die Johanniter. Die Templer werden auch teilweise zu Johannitern überstellt. Aber wir lassen die Marke Templer fallen und konzentrieren uns auf die Kernmarke Johanniter, die einfach ein besseres Branding hat. So kann man es übers Knie brechen. Sehr zum Unmut natürlich des französischen Königs. Denn mit der Bulle ad providendam werden die Güter eben nicht irgendwie zum Beispiel der französischen Krone überschrieben, sondern sie bleiben im Besitz einer Institution, die eben päpstlich den päpstlichen Willen oder Unterstützung weiter genießt. Der französische König wird entschädigt. Also es gibt Zahlungen sozusagen an den französischen König, die für die Prozesskosten beispielsweise Genau, die Prozesskostenerstattung aufkommen. Das ist wirklich ganz spannend. Aber es ist natürlich vor allem nicht das, was sich der Papst auch erhofft hatte. Auch das ist vielleicht ein spannender Punkt. Wir haben ein ähnliches Vorgehen, wie es jetzt gegen die Templer gesehen wird, von Seiten Philips auch schon gegen die Jüdinnen und Juden im Reich gesehen. Da hat er sich im Vorfeld oder auch schon den Langobaden gegenübergestellt, um dort an Finanzen zu kommen. Da war das wahrscheinlich erfolgreicher, denn dort konnte man Mittel abziehen. Aber der Prozess, das ist vielleicht auch eine Kernfrage, ist denn das erreicht worden, was Philipp da eigentlich wollte? Und das kann man wahrscheinlich mit Nein beantworten, denn das hat natürlich diesen Aufwand, also der Prozess ist erstens nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, in dieser Kürze und Schnelle. Und er hat vor allem auch nicht das abgeworfen, was er sich erhofft hatte. Und gleichzeitig hat er extrem Schaden angerichtet, denn er hat tatsächlich die Glaubwürdigkeit eines Ordens zerstört, auch Gerüchte. Er hat Gerüchte in die Welt gesetzt, die heute noch wiederholt werden, muss man sich vorstellen. Also ja, das wird heute noch in esoterischen Kreisen rumgereicht. Ja, der Schaden muss ihm egal sein vermutlich. Aber da war er sehr erfolgreich. In der Hinsicht war er wahrscheinlich sehr erfolgreich. Und auch was die Bedeutung sozusagen des Ordens oder die Bekanntheit des Ordens sollte, das war wahrscheinlich nicht seine Absicht. Aber insofern ist er wahrscheinlich nicht zu dem Ziel gekommen, das er erreichen wollte. Zumal in der Folge werden, um hier die Chronologie vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, 1312 wird der Orden aufgelöst, die Güter werden primär den Jornitern, aber je nach Art auch anderen Orden übergeben. Und 1314 kommt es eben zu diesem entscheidenden Punkt, den viele eben als das offizielle Ende des Ordens sehen, was er de facto nicht ist. Denn da wird Jacques de Molay letzten Endes noch verbrannt. Er tritt nochmal auf und widerruft die Geständnisse, will den ganzen Orden nochmal für unschuldig erklären. Das ist natürlich de facto schon viel zu spät. Aber gerade dieses Widerrufen nochmal der eigenen Schuldeingeständnisse führt ihn natürlich direkt auf den Scheiterhaufen. und das besiegelt dann sozusagen auch das finale Ende auch der Hauptprotagonisten dieses Ordens. Ja, und damit haben wir den offiziellen Prozess dieser Auflösung zunächst mal beendet. Wie außergewöhnlich das, was in Frankreich geschehen ist, tatsächlich ist, sieht man auch daran, was im restlichen Europa passiert. Denn es gibt ja die Anweisung des Papstes, die Templer festzusetzen und zu befragen. In England wird es auch halbwegs umgesetzt. Auch da gibt es natürlich, der englische König hat ähnliche Beweggründe. Es gibt ganz, ganz viele Templerbesitz in seinem Gebiet. Im deutschsprachigen Raum, im Heiligen Römerreich insgesamt, wird ihm sehr, sehr wenig nachgegangen. Der Bischof von Magdeburg ist da eine Ausnahme. Da gibt es auch ein paar Besitzungen. Der versucht, die auch teilweise zu belagern. Dafür wird der Bischof von Magdeburg von einem anderen Bischof exkommuniziert, dafür dass er sich gegen den Templer befolgt. Also das sieht man auch wieder innerkirchlich. Die Kirche als Machtapparat. Der eine Bischof exkommuniziert den anderen, weil er eine päpstliche Anweisung befolgt. Genau. Das ist, finde ich, einer der zentralen Punkte. Was in Frankreich geschieht, lässt sich überhaupt nicht übertragen in andere Länder. Das ist eine absolute Besonderstellung. Wir hatten das an der Karte bereits gesehen. Erstens war der Templerorden in einer anderen Weise vernetzt und verquickt. Und andere Herrscher, England, Aragon, muss man auch nennen, die hatten ein ganz anderes Verhältnis zu dem Orden und waren natürlich durchaus auch im Konflikt mit dem französischen König. Ich wollte gerade noch ein Beispiel aus Mainz geben. In Mainz tauchen irgendwie 20 oder 30 bewaffnete Templer vor der Untersuchungskommunition auf, also als Machtgruppe und sagt, ja, wir stellen uns gerne den Vorwürfen, aber verhaften lassen tun wir uns nicht. Also auch da wieder eine ganz andere Situation. Du wolltest jetzt gerade Aragon nehmen, das ist ja auch ganz spannend. Genau, auch da zieht man sich zunächst zurück und will sozusagen die Güter verteidigen. Da gibt es ganz spannenden Briefverkehr, der da quellenmäßig sozusagen noch erhalten ist von Templern, die unter Belagerung stehen. Aber auch da sind wir weit davon entfernt, sozusagen von dieser Geheimaktion. Der Aragonese König belagert dann auch und es kommt auch durchaus zu Kampfhandlungen, aber auch da, da geht es um Besitztümer. Da geht es darum, wer darf die Ländereien und Güter behalten. Da hatten dann Herrscher plötzlich Eigeninteresse daran, wie das Schicksal des Ordens verlaufen würde. Auch Portugal ist hier ein ganz interessanter und spannender Fall, denn auch hier war man den Templern positiv gegenüber gestimmt. Auch hier gab es, ja das hatte ich gerade schon angedeutet, durchaus Pensionen für Mitglieder dieses nun aufgelösten Ordens und was da geschieht, ist was ganz Spannendes, ist nämlich, dass es neu gegründete Orden gibt, wo viele der Teilnehmer oder viele der Mitglieder der früheren Templer drin aufgehen, dass der Christusorden oder auch der Monteserorden, die sozusagen auch der Christusorden hatte wahnsinnig lange bestanden, ich glaube bis ins 19. Jahrhundert hinein und die sozusagen ganz anders mit dieser Templerfrage umgegangen sind und erneut, Frankreich ist ein Einzelfall mit ganz spezifischen politischen konflikthaften Grundvoraussetzungen, die sich also in keinster Weise in das Schicksal oder die Gegebenheiten der anderen Länder übertragen. Was bei den Prozessen dann spannend ist, denn es gibt ja die Prozesse ganz unabhängig, wie die Templer sich daran beteiligen und in den allermeisten Fällen außerhalb Frankreichs kommt es zu einer Entlastung des Templerordens. Die meisten Prozesse außerhalb haben als Fazit, der Tempelorden ist unschuldig. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Überall, wo vermutlich keine Folter angewandt wird, werden Verhöre auch durchgeführt, wird befragt, aber es bekennt sich niemand schuldig. Es gibt eine Ausnahme, es gibt in Italien einen Prozess, da wird gefoltert, da bekennt sich schuldig, dann kommt die Kommission aber zu dem Schluss, tatsächlich ganz spannend, im Gegensatz zu dem, was wir eben hatten, das Zurücknehmen dieser unter Folter erzwungenen Geständnisse, wird nicht als Schuldbeweis genommen, sondern wird als Unschuldbeweis genommen, sie sagen, wer ist unschuldig und die Leute werden entlassen. Der gesamte Prozess endet ohne eine Verurteilung, in diesem Prozess, sie werden komplett entlassen, also eine völlige Umkehrung dieses Arguments, das wir vorhin hatten, wer rückfällig wird, wird verbrannt und hier haben wir tatsächlich dann eine Kommission, wo auch die Inquisition wieder beteiligt ist, die sagt, nee, nee, die dürfen das, die sich schützen, ist in Ordnung, die kommen raus. Was für eine Bandbreite an Prozessformen wir da haben, ist unwahrscheinlich. Absolut und das macht natürlich den Fall auch so spannend und eben auch so komplex in der Nachverfolgung oder Darstellung und man merkt auch, dass der Inquisitionsprozess, dass der im Wandel begriffen ist, dass das sozusagen keine vereinheitlichte Form in dieser Weise ist, sondern das wird erst später der Fall sein und da ist der Templer Prozess natürlich ein ganz spannender Schritt und entscheidender Schritt in der Weiterentwicklung auch. Ein Aspekt, der mir noch am Herzen liegt, ist, denn die Frage kommt immer wieder, diese Frage des Templerschatzes ist vielleicht, was wir hier noch ansprechen können, denn die Frage ist ja, okay, wenn das der französische König nicht bekommen hat, wo ist er denn nun in der Templerschatz? Und da wird immer so als Gemeinplatz von dem Templerschatz gesprochen, also es ist eben die Frage, ob es einen solchen in der Form überhaupt gibt, denn der Reichtum des Templerordens besteht in den Privilegien, in den Ländereien, in den Besitzungen, in den Wirtschaftsnetzwerken, die dort waren, ja, es gab auch große Einkünfte, aber die wurden eben regelmäßig in Form dieser Respension, also in einer gewissen Abschlagszahlung immer wieder gen Osten geschickt, weil das Geld eben da gebraucht wurde, also wir können nicht davon ausgehen, dass es einen riesigen Hort, einen riesigen Fundus gab, zumal das Geld, das in Paris lag, war durchaus ja Geld nicht unbedingt des Templerordens, sondern von Geldern, die sie verwaltet haben, also das nicht unbedingt deren Geld war. Es gibt, willst du hier noch einhaken? Ja, wahrscheinlich gab es auch eine ganze Menge Bargeld, aber das war immer im Umlauf und wir reden hier eben von Großkonzernen, sehr weit verbreiteten und das lag ja nicht wie bei Onkel Dagobert im Geldspeicher, sondern es war unterwegs und wurde genutzt, ja, und war teilweise auch irgendwo als Einlager, auch die haben ja Geschäfte betrieben, das Geld des Templerordens war auch anderswo investiert, da sind wir schon vollkommen modern in dem Gedanken. Ja, und auch das haben wir eingangs schon angedeutet, nochmal 1291 war Akon gefallen, das ist alles gar nicht lange her mit immensen finanziellen Verlusten, das heißt, wir wissen auch vom Templerorden, dass die permanent in Geldnot waren, dass sie irgendwo Geld investiert hatten, dass Truppen konligente versorgt werden mussten, dass Burgen, ja sozusagen ausgewässert bestückt werden mussten, das war ein dauernder Finanzfluss, der hier im Gange war und man muss sich von dieser Idee, dass es ja das Geld speichert, das ist wirklich ganz gut, dass du gerade gesagt hast, verabschieden. Den gab es sozusagen in der Form nicht. Zwei Punkte, die dann noch ganz wichtig sind. Warte ganz kurz, die Templer haben ja auch Geld verliehen, da ist aber ein Unterschied zur Judenverfolgung bei einem Judenpogrom, danach kann ich meinen Schuldschein zerreißen, das ist ganz oft eine Motivation, hier übernimmt es halt ein anderer Orden und die Kirche, also das ist eine Motivation, die fällt dir raus, wenn ich einen Schuldschein gegenüber dem Templerorden habe, der ist danach nicht wertlos, der ist immer noch da. Absolut. Ganz kurz, jetzt bist du wieder da. Zwei Punkte, die diese Story des Templerschatzes genähert haben. Es gibt nämlich eine Quellengrundlage, die immer wieder hergenommen wird, zu sagen, okay, das basiert aber auf einer nachweisbaren Quelle und zwar gibt es ja die eine Aussage von Gérard de Villiers, der geflohen sein soll mit 50 Pferden und 18 Schiffen und gerade diese 50 Pferde und 18 Schiffe werden von Verschwörungstheoretikern gerne hergenommen oder Alternativhistorien und zu sagen, ja, hier gab es eben diese Flucht und auf dieser Flucht wurde eben der Schatz wurde eben der Schatz und da fragt sich, welcher Schatz auch den, es gibt eine Referenz zu einem Schatz tatsächlich in den Quellen und da gibt es einen ganz bekannten ordensgeistlichen Hugues de Poirot, der war Visitator in Frankreich, also Ordensvisitator in Frankreich und der sagt, also bei dem ist von einem Schatz die Rede, wo versteckt gewesen sein soll und tatsächlich findet man einige Jahre später einen größeren Geldbetrag, der mit diesem Perot in Verbindung steht, aber man hat hier also sozusagen zwei unterschiedliche Aussagen kombiniert, den Schatz dieses Perot oder dieses größere Geldverstecktes Perot mit dieser Flucht des Gérard de Villiers und diese hat man vermengt, diese Aussagen und macht da einen Templerschatz, der mit 50 Pferden und irgendwie 18 Schiffen weggekarrt wurde und das ist also aus Quellensicht nicht in der Form nachzuweisen und zu belegen, dass es diese Flucht des Templerschatzes sozusagen gab. Noch ein ganz realer Schatz, bei dem wir heute furchtbar enttäuscht wären, also ich jetzt nicht, aber der normale Mensch wäre furchtbar enttäuscht, wenn er ihn findet. Reliquien hatten wir eben schon und jetzt haben wir die tollen Kopf-Reliqui-Ware gab, es gibt auch noch ganz, ganz, in jeder Kirche liegen Reliquien, in jedem katholischen Altar sind Reliquien bis heute und da wären dann so Partikel-Reliquien in großen, großen Mengen, die für den damaligen Menschen unermesslich wertvoll sind und wir heute würden da vorstellen und sagen, ja toll, was mache ich jetzt damit? Ins Museum geben mehr nicht, weil sie haben keinen Wert mehr für uns und das ist ein Schatz, der war auch ganz real und davon hat der Templer-Orden massig viel, nur für uns halt eher doof. Genau, viele dieser Besitzungen sind also auch an die Johanniter gegangen, gerade von diesen Kopf-Reliqui-Waren, von denen wir schon gesprochen haben, da wissen wir, dass die dann in Johanniter-Hand kamen, natürlich nicht ganz unvorteilhaft für die selbst, also wenn dann wer profitiert hat, war es womöglich der Johanniter-Orden, aber das beschließt so ein bisschen diesen Themenkomplex des Prozesses. Wir haben einen Schatz, wir haben die Verfolgung auch anderer. Wir haben auch noch den Fluch von Jacques de Molay, der ist ja auch immer wieder gerne genommen, weil sowohl Philipp als auch Clement nicht mehr so richtig lange machen. Genau. Aber. Auch da, genau, da habe ich ein genaueres Video auch zu gemacht zum Templer-Fluch. Beide, das ist vielleicht der kurze Hintergrund, beide sterben 13, 14 im gleichen Jahr noch, also Clemens der Fünfte und Philipp der Vierte sterben beide, Philipp bei einem Jagdunfall, glaube ich, war ein begnadeter Jäger und auch Clemens stirbt und da legt man eben Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen schon die Flammen an ihm züngelnd den Fluch in den Mund, dass innerhalb eines Jahres und eines Tages eben beide für ihre Ungerechtigkeiten im Orden gegenüber zur Rechenschaft gezogen werden. Und auch das lässt sich quellentechnisch schön zeigen, woher das kommt. Ja, taucht auch erst viel später in die Quellen tatsächlich auf. Genau, auch da werden Aussagen kombiniert, auch diese These der Rede und so. Das ist alles sehr, sehr spannend, muss man wirklich sagen, aber auch aus Sicht der Forschung lässt sich das sehr klar zeigen, woher das kommt und worin das tust. Aber hat sich bis heute tradiert, genauso Freitag der 13., der angeblich ja unter anderem auf die Templer zurückgeht und da wissen wir auch, dass er das nicht tut. Das entsteht erst viel später. Es ist ein Zufall, dass Freitag der 13. aus heutiger Sicht als Unglückstag gilt und auch an diesen Tagen die Templer festgenommen wurden. Aber da wissen wir, dass es historisch sozusagen auch erst später entsteht. Ja, die Folgen des Ganzen. Ich meine, es hat ja mehrere Folgen. Zum einen hatten wir schon angerissen, das Papsttum gerät unter französische Kontrolle, also das große abendländische Schisma. Also Philipp hat es tatsächlich geschafft, dem Papsttum einen Riesenschlag zu versetzen, letztlich, auch wenn sich Klement am Ende sogar durchsetzt. Er schafft, er vereitelt ja viele Ziele und schafft es ja in vielen Fällen, die Kontrolle zu behalten. Das Papsttum in Avignon ist einfach stark von den französischen Königen, beeinflusst, dauert dann auch bis ins frühe 15 Jahre, bis das Ganze wieder vereint wird, also ganz lange Trennung mit Gangpäpsten und so. Und lustigerweise die anderen großen Orden, Deutsche Orden und Johanniter Orden, die lernen aus diesem Beispiel und machen beide eine andere Strategie. Sie schaffen sich beide ein eigenes Ordensland. Die Johanniter eben auf Zypern, später Malta, da trennen sich den Malteser Orden ab. Die schaffen es auch, übrigens Templer auf Zypern auch ein spannendes Thema, auch anders als anderswo. Aber die schaffen es eben, die Wirren auszunutzen, ein eigenes Land zu erhalten. Der Deutschorden schafft es, in Ostpreuß, sich ein Ordensland zu schaffen. Damit sind sie natürlich vor so einer Wiederholung gefeit. Sie sind keinem anderen gekröten Haupt so ein großes Dorn im Auge, dass so eine Reaktion kommt. Also man merkt da schon deutlich, die Bestrebungen, die waren vorher schon da, die Besitzung gab es schon, aber die werden auch souverän. Der Johanniter Orden ist bis heute ein souveräner Staat ohne Land. Ganz spannendes Ding. Ein Aspekt der Grundvoraussetzung, der wichtig ist zu betonen, denn schon in dem Gründungsgedanken ist zwischen den unterschiedlichen Orden, da gibt es Kernunterschiede. Und das ist auch was, was den Templer Orden eingeholt hat, ganz offenbar, denn für den Templer Orden war die Pflege oder die Armenfürsorge nie in gleichem Maße Hauptauftrag des Ordens, wie das für die anderen Orden war. Die anderen beiden Orden hatten als Kern Gründungsgedanken die Pflege und die Darstellungsversorgung, die Nächstenliebe in der Form. Bei den Templern war das von Anfang an der Konflikt- und die Kriegsführung und der Schutz, also der Schutz der Pilger war ja einer der ursprünglichen Gründe, aber eben auch der Schutz der heiligen Städten. Und es scheint, dass stärker als den anderen Orden dieser Fall Akons 1291 und dieses Ende dieses offensichtlichen Auftrags in die Legitimation reingegrätscht ist, als es bei den anderen Orden der Fall war. Vielleicht könnte man auch sagen, dass sich die anderen Orden strategisch klüger früher aufgestellt haben, aber es war eben nie die Pflege und der Fokus der Templer war immer auf die Verteidigung der heiligen Städten. Deswegen waren die so erpicht darauf, nach 1291 in den neuen Kreuzzug los zu starten, da aktiv zu bleiben, zu sagen, wir sind immer noch relevant. Und in der gleichen Weise hatten das die anderen beiden großen Orden nicht, weil sie eben schon andere Standbeine hatten und auch legitimatorisch eine ganz andere Grundkonstellation hatten. Die Pflege hatten nie aufgegeben, selbst nach der Militarisierung ihrer Orden, des Deutschen Ordens und des Zioniter Ordens, war das immer Kernbestandteil. Da ist also in der Grundveranlagung auch schon einfach ein großer Unterschied zu sehen. Ob das anders geendet hätte mit den Templern, das kann man natürlich nicht sagen. Das ist sozusagen der Blick in die Glaskugel. Aber wir sehen halt, dass dieser Templer-Prozess an einer ganz entscheidenden Stelle der Geschichte stattfindet und diese auch in einer gewissen Weise beeinflusst mit ganz massiven Auswirkungen auch auf die Nachzeit. Und das ist eben das Spannende und deswegen macht es ja so Spaß, sich damit zu beschäftigen, eben bis heute. Denn diese Umstände faszinieren natürlich nach wie vor. Und es ist schon spannend, da mehr Klarheit reinzubringen und zu sagen, wie lief das eigentlich alles? Und insofern ist es ja auch wichtig, dass wir da heute drüber gesprochen haben. Aber als Schlussgesagt auch, würden wir das Ganze jetzt originalgetreu für Film wäre es eben kein Action-Epos, es wäre ein Gerichtstrauma. Genau so ist es. Also dort was Spannendes reinzumachen, das wäre unglaublich dröges Material, rein filmisch gesehen, natürlich von den Prozessabläufen, von der Bedeutung dahinter hochspannend, gerade auch für die Rechtsgeschichte. Aber es ist eben nicht diese actionhafte Auflösung. Ja, vielleicht die Festnahme kann sein, dass da spannende Elemente mit dabei waren. Aber im klassischen Sinne ist das eine sehr nüchterne Angelegenheit natürlich mit großer Rückwirkung auf die Individuen und Beteiligten selbst. Wobei auch da, glaube ich, ich glaube, die haben sich oft widerstandslos festnehmen lassen, weil sie auch erst mal, was ist hier los? Wieso? Der König will uns, das wird sich bestimmt alles auflösen. Das schwer zu ziehen und zu kämpfen, wäre ja direkt eine Sache gewesen. Okay, jetzt lassen wir es eskalieren. Von daher, ich glaube, auch die Szenen wären nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nee, genau. Also wir dürfen uns ja keine großen Kampfhandlungen oder dergleichen vorstellen. Und das spricht einfach dafür, für diesen Aspekt dieser völligen Überrumpelung und dann der Realisierung zu sagen, okay, das wird sicher alles aufgelöst. Man kann uns nicht in der Form, wir sind Templer, man kann uns in dieser Form nicht vor den Karren tatsächlich fahren. Und auch so das Auseinandergezogen. Ich meine, bei Game of Thrones die Verhaftung und die Hinrichtung muss natürlich in derselben Folge mindestens in derselben Staffel sein. Hier ist die Verhaftung in der ersten Staffel und die Verbrennung von Jacques de Molay ist in der siebten Staffel. Und in der ganzen Zeit taucht er zweimal öffentlich auf und macht was. Ja, genau. Hurra. Ja, genau. Und also langer Prozess, komplizierte Abläufe und es ist eben wichtig, das in seiner Komplexität auch zu betrachten und nicht dazu vereinfachenden Erklärungen zu neigen. Ja, es ist kompliziert, aber wir haben es jetzt mal versucht, ja so ansatzweise ein bisschen aufzudröseln und einen roten Faden durchzulegen. Und das sollte dann schon eine ganz gute Handreichung sein, auch womöglich für weitere Recherchen und in einzelne Details nochmal reinzugehen. Ja, das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir hier mal ein historisches Ereignis durchgenommen haben. Gar nicht so die Struktur, was ich ja sonst sehr oft mache, sondern wirklich mal eine ganz konkrete Sache. Hatte ich schon mal auf CapTorga damals mit der Belagerung von Neuss gemacht. Wenn euch das Ganze in der Form gefällt, schreibt in die Kommentare. Soll ich sowas in Zukunft häufiger machen? Gerade mit kompetenten Gästen. Zum Thema kompetenter Gast. Joey, ich danke dir herzlich, dass du wieder bei mir zu Gast warst. War wie immer ganz großartig auf dein geballtes Wissen. Ihr habt immer gemerkt, ich erzähle von dem Prozess in Italien. Er sagt im Jahr so und so an dem Tag hat der und der den Prozess gegen den und der eröffnet. Ist sein Thema. Ist da super drin? Ich danke dir ganz herzlich. Ich finde auch, dass das einfach für die Chronologie der so wichtig ist, weil so verwirrend einfach so ist. Ich meine, also ich bin ein großer Fan davon zu abstrahieren. Jahreszahlen sind vielleicht nicht immer so entscheidend, aber eben um auch das darzustellen, was wir gerade gemacht haben. Es schreckt sich, es zieht sich, es ist kein Schlag auf Schlag. Es ist eben schon wichtig, diese Jahreszahlen immer mal zu haben. Ob die jetzt alle auf den Tag genau stimmen, ist dann für die Bedeutung auch nicht so relevant. Aber ich danke dir für die Einladung, André. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und viel Erfolg bei allem weiteren. Ja. Danke an euch, dass ihr dazugeschaut habt. Wie immer könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Ihr könnt das Video liken. Ihr könnt mich auf Patreon, auf Ko-fi unterstützen. Ihr kennt das alle ja schon. Aber am meisten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao. 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 Vielen Dank.